Ich glaube, wir retten noch einen Zwerg hier, weil derjenige. Der hier. Ich dachte schon, der hier am Baum hängt, aber ich glaube, das Wesen ist tot. Der hat ein paar Pfeile drin. Wärst du nur früher gekommen, die anderen hatten auch Besseres verdient. Solltest du einmal bei der Hodder-Zuflucht sein, würde ich dir gern etwas zum Dank überreichen. Sollte mein Weg mich dorthin führen, dann gerne. Die Riesen, die du getötet hast, unterstanden übrigens jemand anderem. Eine miese Gestalt muss das sein, möglicherweise im Westen von Gömul Stieflar zu finden. Eine sehr ungenaue Ortsbeschreibung, aber ich werde nachsehen, ob ich fündig werde. Ja, mehr habe ich nicht hören können. Tut mir leid. Aber gut, ich gehe zur Zuflucht zurück. Weidmannsheil, Herr Habener. Ich habe das erst in dieser Folge so richtig mitbekommen, dass die Zwerge jedes Mal eigentlich einen Tipp geben, wo man diese komischen Leute hier findet, die man abschlachtet hier. Oder, wie heißen denn die? Die Verborgenen, glaube ich. Also die hier. Der hat jetzt irgendwas geredet, dass hier irgendwas noch im Westen sein wird. Da bin ich gespannt, weil wenn wir jetzt die zum Beispiel retten, würde die wahrscheinlich auch was dann irgendwie sagen. Aber na gut, wir gehen mal in die Zuflucht rein. In die Hodder-Zuflucht, hat er ja gesagt. Da gehen wir jetzt mal rein und holen uns gleich die Belohnung für, dass wir den halt gerettet haben. Ja, die geben halt jedes Mal so fast das Gleiche. Titan ist halt das Wertvollste, was die hergeben. Wie kann ein Haufen hundernder Zwerge so viel scheißen? Was? Also der normale Preis quasi. Ist das eine Verarsche hier? Ist das der hier? Habe ich dich doch wiedererkannt. Schön dich zu sehen, Herr Habener. Und das ohne Mord und Totschlag. Hier, du hast mich gerettet. Und ich will mich erkenntlich zeigen. Dafür danke ich dir recht herzlich. Ja, schön, ne? Titan, also wie ich es sagte, das sind die einzigen, das sind die einzigen geilen Sachen, ja. Ja. Vielen Dank.